ich bin mir auch schon mal ist der Weg in der Unternehmung auf der Falle hoch oder was runter bei ihr von mir ja Pech ja ich bin doch mal ein das ist er ein Eisenschwert da ein Problem haben gut werden wie es hier ein Schwein in der Höhle und hier ja jetzt hier wurden wir jetzt noch komplett nach unten ich bin nicht ganz doch da hallo ich sehe dich mach mal Packel hin Alter, du bist voll schlau ja warte doch erst mal hast du Kohle? halt, mach Junge, ich setz mal Ofen hin ja warte ich mach jetzt mal Schaufe und Stabeln ach ja, ich hab einen Ofen ich hab einen Ofen ja komm mal her Junge Junge mach hier ja ich hab dich vermisst da hier, bau den hier hin ich hab hier schon Ofen ich tu zwei rein, also zwei sind meine ja und wir spielen auch eh zusammen, deswegen ist das eh Wayne du musst aber bald Essen nehmen, ich bin sonst tot ja ich hab, ich bin schon ich hab anderthalb Jahr so und kein Essen mehr gar kein Essen walten lass mich den nächsten Alter ja 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 das wird eh nicht reichen ich mach eben noch Crafting Wax ja, leck so huuuu Gold Gold! ich hab jetzt 40 fackeln gefackelt 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 man nicht lang ach, ich brauch ja rein ey, die fackeln sind ja jetzt animiert texturepick ja, aber die fackeln sind ja alle animiert ja, aber in texturepick nur normal nicht, ohne texturepick nicht ist ja richtig sick ich höre einen Freund den ich hasse hier, wo bist du? hier ich mach hier grad nochmal Eisen rein ach, ja ich mach das da drauf so, ein Eisen, so jetzt hab ich ne Eisenspielzacke ja, lass jetzt mal gleich so Eisensachen machen und dann lass mal da ein bisschen so rumlaufen ja, ich hab Eisenspielzacke schon ganz gechillt ganz gechillt jetzt eben nom nom was eben was? essen ah nom 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 ey da oben ist ein Zombie ich mach hier mal ne Kiste hin wie, ich hab ganz sicher nicht ah ne, doch nicht doch nicht, war nur was da mit ner Frakel dabei soo joo so, ich lass das mal hier wegen safen und so ich brauch eben einen kleines Lager erste Höhle ich mach mir ne Spitzhacke so hat ein Waypoint, ne falls wir das nicht wiederfinden mhm so ja warte, ich mach mir noch Werkzeuge hier cool boah, Adi nennt sich wieder Modena hier sind Pimmel Creaker k- 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 ich hab Adi gelöscht das brauchst du mir nix sagen so hast du denn jetzt ehrlich gelöscht? ja, ich hab den nicht mehr schein ich brauch eben noch Kabel Kabel, Kabel, Kabel Kabel Kesch eben, ach, was ist das löschen ich tu eben alle unnötigen Sachen hier in die Kiste kabel nehme ich mit der kabel vor allem kabel kabel dann brauche ich nicht ein nennen wird kleyler sich hier so dann lass mal umgehen hier so ganz gechillt und ist nur noch nur hinterher ach da nach der namen ich wollte eigentlich erst eine andere richtung aber okay jetzt kann man ja ja ich hier auch ja dann gehen wir es mal dahin ach ja ich nehme jetzt gerade mal alles und ich nehme jetzt auch kohle mit auch wenn es hinterher überflüssig ist das kohle ist nie überflüssig nimmst du auch gerade mit raps auch so ja also lädt das auch hinterher auf youtube und wie du weißt du ich mache ich machen together mit dir und lad's nicht hoch das nur für uns beide nur wir dürfen das angucken ist so alter inside and play boah weißt du auch die stelle hier habe ich nicht gesehen ja du darfst du auch nicht nur für zwei leute ich höre ein skelett hier oben ist nix wo man es nix ach doch ein das macht mich glücklich das gefällt ich sehe dich 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 ich habe dich schon gefreut ich habe gerade meinen eisentank gemacht guck mich an ich sehe ich bin ich habe gerade fail ich habe gerade so nach oben gucken können so in die in die welt über der höhle genau 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 black and yellow black and yellow black and yellow boah das erinnert mich an martini alter ja mann alter insel hab ich schon immer gehasst das war sick mit dir ja mann alter ich hab's gehasst ich hab die person gehasst als wir da so mit kamera weißt du würdest du auch für youtube machen so kamera und dann kam die person an ja und dann ich weiß nicht man muss nur mit der person paar skelett ba geh waschen luke skelett geh dich waschen ich find's voll geil dass die flammen so animiert sind also das ist richtig sick ich mach eben fraps neustadt bis bleib nein bis bleib so was machst du hier unten buddy left your channel ähm ja ich bin gerade allein wie ist so na wir sind wieder zu zweit oder auch nicht ja warte mal war klar auf kardkiddy warte leiden ich geb dir schälle hm und du ja 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 das zehn war ja dann noch ich mach video ja ich mach video weh wenn du mich kitzelst hm n 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 Ja, dann warten wir mal bis dahin. Kommt. So, dann gehe ich mal hier hoch. Das nervt doch, wenn der da... Leute, findet ihr nicht auch, dass das nervt? Dass er einfach mitten im Display, was wir jetzt seit einer Woche geplant haben, einfach so rausgeht. So, dann können wir wieder ungestört. Hallo. Ich habe wieder... So, mach die Reps wieder an. Hab ich schon ganz Zeit. Ich hab unser Lara wiedergefunden. Ja, ich nicht. Ich seh den Namen. Und ein Spawner, glaub ich. Und ich habe... Eisel! Yooo, 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 Yooo. Jooo, Yooo, 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 Yooo. Jetzt wollte ich mich aber natzen, oder? Boah, weißte. Ich bin schon voll der MW3-Zelt, ne? Ich wollte gerade so schneller laufen, ne? Und dann schon, der WW drückt einfach... äh... Schiff ja eben bei mir auf Luft ja ich weiß nicht wo ich lang muss jetzt war noch mehr heißen egal ich war mir noch ein bisschen so ich bin ein Farmer ich fand mir doch richtig heißen Zuber das Stolz Nö jetzt erzählt sein Kindern Junge ich hab ich war mal so mein Krieg und da hab ich Eisen gefunden Boah Boah Scheiße bist du Bruder Scheiße und ich hatte keine Spitzhacke dabei ich verdiene dich nicht als Vater Scheiße bist du gut ich hab keine Ahnung wo ich grad bin Ohhhh ich bin eh hier's Lava und aus dem Kriegpaar jetzt lab es nur zunehmen komm mal zu mir hier so die Höhle ist geht schon unsere Erd Höhle und die schon durch die Siegel da komm ab hierhin hier wo ich weiß ich bin ich zurück ja später nun kommen versuch mal hier irgendwie meinen Namen zu folgen da ich sehe nicht ganz zufällig Ja, ich aber da hin. Ach, da hin? Ach, da hin? Ja. Da hinten ist er. Oh. Ja. Hier ist mies viel Kohle. Hier ist mies Zombie. Ich glaub, da unten ist Lava. Ja, hier ist Lava. Komm mal, Junge. Ja, nervt nicht. Ja, ich hör mich jetzt hier hin und warte einfach. Okay, ist alles okay. Ja, ich weiß nicht, wie ich zurückkomme. Mhm. Ich hör bei den Lava-Skins, äh, bei den bei den Kohle-Skins, da bewegt sich ja irgendwas so, ne? Ja, bei all, bei diesen ganzen Steinen, bei Eisen auch, das glitzert so, weißt du? Ja, das sieht aber nicht mit Glitzer aus. Sieht wie, äh, nee, sag ich nicht. Komm jetzt mal hier. Ich bin unterwegs. Ich muss Wasser hochklettern. Ach, ich brauch dich nicht. Ich geh einfach jetzt so sterben. Jo, Spaß. Ich war schon ganz unten, bei Diamant und so. Ich hör ins Leim, Alter. Ich weiß nicht, wo du bist. Hier ist immer ein Slime. Ich geh grad ver... Uh, was war Rutsche. Ja, ich geh nicht. Ein Slime. Ey, wo bist du denn, Alter? Ja. Weiß ich selber nicht. Ja, ich geh auch. Boone. Ich blick grad gar nicht, wo du bist, so. Ich glaub... Sehr gut, dein Name. Ah. Ja, ich weiß, wieso. Na, 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 na. Boah. Boah, bei DSDS singt grad einer hat Justin Bieber, ey. Boah. So, ich guck sowas nicht. So, ich guck sowas nicht. Ich aber. Ich bin schuld. Ich brauch eigentlich nicht, aber meine Mutter guckt das grad so nebenbei. Okay, gleich kommt wieder RTS-Sounds. Dö, dö, dö. Naja, kommt wieder Amtgast-Sounds. Boah. Nein. Sum, 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 sum. Warum wird das jetzt so grün, Alter? Das irritiert mich voll. Das ist so, wenn's abends wird. Ja, komm, steh mal. Ich bin jetzt gleich beim Lager. Du sollst aber nicht zum Lager, du sollst zu mir. Ja, wo bist du denn? Zu meiner Hood, Junge. Ja. Ach, da bist du ja. Hallo. Ja, ist doch hier, ist Lager. Echt? Oh, wusste ich nicht. Hier ist ein Slime irgendwo, komm mal mit. Das hier ist ein Lava-Sound. Nein. Hä? Das ist ploppen. Das ist doch kein Lava-Sound gewesen. Doch. Das ist der neue Lava-Sound, das ist ploppen, dieses Bob. Never. Doch. Das hat gesagt, wie ein Slime. Ja, ich geb dir gleich Slime ins Fenys. Schön grün. Schön grün, weißt du schon, ne? Ja. Jetzt komm mal mit, ich hab Sick gefunden. Sekunde. Buddy, left your channel. War klar, Opfer. Okay. Gold. 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 Verbringt oder stirbt Buddy Joinker Channel Hallo, ich bin wieder da. Scheiße. Scheiße genau. Ich schiebste gleich Scheiß ins Face. Ich weiß mal nicht wie und wann, aber irgendwie geht das schon. Komm mal hier hin, Alter. Hier ist irgendwo ein Spinnenspawner, glaube ich. Spinnend? Junge Mann. Es wäre denn, dass sie jetzt einen neuen Wasser holen, was ich nicht glaube. Nee, aber Lava. Lassen Sie Diamants auf uns. Genau. Ich habe Diamanten gefunden. Ach nee, war ja nur eine Spinne. Junge Mann, jetzt komm mal hier hinten. Wo bist du? Ja, da wo ich gesagt habe, hier ist ein Slime. Okay. Da unten ist irgendwas. Ach, da sind zwei Skelette, die sich feiern. Ah nee, das ist ein Pädeschmiker.